Ich hoffe, meine lieben Zuschauer, der Ball ist freigegeben. Da kann ich nichts machen. Komm, wir haben jetzt kleine hier oben. Sie gehen, wie ich versuche? Ja, das ist egal. Das ist gut. Ja, klar. Okay? Boah! Na, schlafen wir euch. Können wir steigen? Durch? Ja, dann wollen wir. Ja, das macht so los. Boah! Ich dachte, ich bin gerade mit der Lache. Das waren die schon wieder. War die doch nicht, was es war. Ja, ab mit der Lache. So war's, wenn sie ein Handy raus sind. So war's. War's also? Ja, das stimmt nicht. Ein Landesplatz. Ist das mit jaben oder? Erich, mein Ballon! Ja! Oh, was ist das? Das ist doch gut. Hier waren wir so eine Maske. Das war so was. Erich schämt dich. Gut. Ja. Hier geht es nach. Ja, geil. Ich heiße Raleigh. Ja, aber weißt du, wenn der Ripper in 1812 klingelt. Da legt der dem eine russische Invasion. Glauben wir es. Egal. Schaut sie euch gerne an. Geht es weiter? Ach so, wir haben es schon mal. Ach, wie geht es dir? Puh! 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 Ich wollte ihn nicht entscheiden, wenn wir ihn machen. Puh! 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 Wie stellt es noch oder nur? Puh! 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 Du, ich hatte auch vorhin Dreck am Mund. Und keiner hat das Kaffee getan. Gut, ja? Das schaut eindeutig aus. Was? Gut, ja? Was ist jetzt unser Ehretag? Ja. Das ist ein Zweikärmer. Ja. Kannst du noch? Ja. 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 Ja.